So, und da sind wir im Jahr schon wieder. Wir machen uns gleich auch direkt auf den Weg. Dass wir die Protosubstanz gleich einsacken können, idealerweise. Irgendwo hier rein und irgendwo hier wird das sein. Irgendwo weiter hinten und rechts halten. Ich ducke mal hier rum, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Zinkerz. Ich will noch mal ein bisschen gucken, vielleicht gibt es nämlich hier auch noch irgendwo eine Kiste mit Waffen. Aber meistens gibt es die, glaube ich, eher auf Story-Missionen. So, können wir hier vorne links latschen. So, hier müssen wir irgendwo in der Nähe sein. Da vorne vielleicht. Irgendwo hier. Wir sind schon drüben gelaufen. Also hier irgendwo in der Kiste müsste es drin sein. Oder hier oben drüber. Oh nein, sag jetzt nicht, dass es da oben irgendwie drin ist. Da oben. Wir müssen hier rein. Ah, ich glaube, das geht hier. Hier geht es rein. Okay, das geht. Was? Warte! Ein falscher Schritt und wir lösen Alarm aus. Was? Ich hecke mich ins Sicherheitssystem. Einen kleinen Moment. Sieht aus, als hätte Shinra diese Anlage zu Trainingszwecken genutzt. Eine Trainingsanlage in Gongaga? Nie davon gehört. Kein Wunder. Offiziell existiert sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Momentan wird sie von der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten genutzt. Also von den Turks. Ich habe jedem von euch eine gefälschte Idee erstellt. Damit sollte es kein Problem sein, sich drinnen umzusehen. Ja, okay. Hoffe ich doch. Oh gut, hier ist nix. Ah, hier können schon eher mal Kisten sein von Belang. Hm? Hm. Wie euch sicherlich bekannt ist, begeben wir Turks uns bei der Arbeit häufig in Gefahr für Leib und Leben. Ein Scheitern der Mission bedeutet den Tod. Daher sollte auch das Training mit einer entsprechenden Ernsthaftigkeit angegangen werden. Beginnen wir sogleich mit der heutigen Mission. Die Stadt Marokalms wurde von Shinra-feindlichen Elementen beschädigt, was ungetümend den Zugang zur Stadt ermöglichte. Während die Gardisten damit beschäftigt sind, sie zurückzudrängen, will der Feind das Chaos nutzen, um die Stadt zu besetzen. Unsere Aufgabe ist es, den Anführer des Aufstandes ausfindlich zu machen und in Gewahrsam zu nehmen. Die Übung beginnt, sobald ihr bereit seid. Okay. Viel Erfolg! Ich habe eben ein schwaches Signal einer Protosubstanz feststellen können. Direkt in den Missionsdaten. Und das bedeutet? Dass ihr euch bei dieser Übungsmission nach Lust und Laune austoben könnt. Okay. Was auch immer das bedeuten mag. Aber da hinten ist noch eine Kiste, die wir auf jeden Fall mitnehmen. So, versuche dich im Kampfsimulator der Trainingsanlage der Turks. Wenn du alle Missionen erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du die Protosubstanz extrahieren, die in Form von Daten innerhalb der Anlage speichert ist. Du bestreitest die Kämpfe mit deinem momentanen Aufstellung. Oh Gott. Also müssen wir hier noch ein bisschen fighten gleich. Okay. Gut, gut, gut. Aber erstmal gucken wir hier in die Kiste. Aus der Herzengrund verschlossen. Super. Das kommt also erst später. Ist hier noch irgendwas an den Kisten? Ich meine, wir hatten schon mal so eine Kiste. Ich weiß aber auch nicht, ob wir die schon mal freigeschaltet hatten. Ja, gut. Na gut. Dann gucken wir mal, was ist erwartet. Hoffentlich kriegen wir es hin. Vor allem dafür gibt es dann wahrscheinlich wieder fünf Stück. Eingedrungene Ungetüme gesichtet. Sie müssen umgehend erledigt werden. So, eins von drei. Okay. Fertigkeit. Einmal Schwertsturm. So, einmal Fertigkeiten. Maximale Wut. Auf den. Feuertraus gezeichnet. Bring es hinter uns. Das war's. Führ. Ach, du Grüne. Ich glaube, gegen ihn war Eis hier, meine ich mich nicht richtig. Ich bin nicht geändert. Ja, klar. Danke. So, warte mal. Versuchen wir nochmal mal mit Eis auf ihn. Ah, Schockschuss. Kein Problem. Eiskalt. Alles geht. Ich hab genug. Das war's. Und Schiss. So, Limit. So, machen wir da uns jetzt mal ein Limit direkt dran. Irgendwelche letzten Worte? Brems jetzt! Brems jetzt! Darf es doch! Kuss! Ja! Hü! Verzieh dich! Das ist wohl die letzte Verteidigungslinie. Der Anführer muss ganz in der Nähe sein. Er darf nicht entkommen. Mission 3 von 3. Ah, gescheit. Okay. Ah, wer ist da jetzt? Nur Donnerwolf? Ah, Schockschuss. Volltreffer. Ah, Fertigkeit. Flammenblitz. Magie. Vorige Verkettung auf Donnerwolf. Feuerbrei! Kein Problem. Sehr gut. So, Fertigkeit am Analyse. Donnerwolf. Kann ich schon. So. Absorbiert Blitz. Das heißt, wir können da wirklich nur mit Kampfkraft rein. Ja! 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 Au! Au! Hier kommt Barron! Was für eine Gelegenheit! Ich durchlöchere dich wie ein Seh! Schluss mit lustig! Ja! Schwert, Sturm, Flammenblitz, Mutangriff. So, noch einmal Schockschuss. Barrett, Magie. Vita. Vita sieht aber momentan eigentlich ganz gut aus. Fertigkeiten, Krono, Flächenangriff. Aja! Hergi, jetzt reicht's mir aber. Das sollte reichen. Volle Kraft, bis ihr euch weiter. So. Das lief doch ganz gut eigentlich. Aber wir haben auch irgendwie wenig Schaden genommen. Ich hoffe, das war gut. Nee, das wird sich ja noch schwerer werden. Geht mal ganz straffend auf. Wir haben ihn gewahrsam genommen. Scheiße! Ich werde ihn abführen. Das war saubere Arbeit. Mission abgeschlossen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So sollte es auch im realen Gefecht laufen. Na klar! Der Anführer hegt seit einem gewissen Zwischenfall vor acht Jahren einen starken Groll gegen Shinra. Er behauptet, Shinra habe ihn seiner Heimat beormt. Vermutlich ist er damit nicht der Einzige. Es gehört zu unserer Arbeit, solche gefährlichen Subjekte auszumachen, bevor etwas passiert. Diese Anlage wechselt in Kürze in den Energiesparmodus. Begebt euch zur nächsten Mission, sobald ihr eure Ausrüstung in Empfang genommen habt. Hier! Schaut euch das mal an! Tada! Hä? Eine Protosubstanz? Meine Analyse ist noch nicht abgeschlossen. Aber wie es aussieht, wurde die Protosubstanz innerhalb der Trainingsdaten umgewandelt und gespeichert. Können wir sie extrahieren? Das kann ich momentan leider noch nicht sagen. Bitte führt das Training fort. Ich werde das Phänomen so lange untersuchen. Na gut. So, einmal abgeschlossen. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder drei, vier von solchen Anlagen suchen. Oder beziehungsweise... Schüpp mich nicht so rum hier. Gefährliche Subjekte ausmachen, bevor etwas passiert? Dass ich nicht lache. Die Turks sind bloß ein Haufen ausländer Lackacken. Die ganze Welt hasst euch? Boo-hoo! Das habt ihr euch selbst eingebrockt! Ihr scheinheiligen Arschgeigen! Aber nicht alle bei Shinra sind schlecht. Die meisten von ihnen haben sogar gute Absichten. Das ist ja das Problem. Kopflose Mitläufer. Sollten mal ihr Hirn einschalten. Dann würden sie merken, was abgeht. Macht aber keiner. Und deswegen kommt Shinra mit allem durch. Stimmt. Vermutlich hast du recht. Gut, dass wir da einer Meinung sind. Okay. Das heißt, hier sind wir soweit durch. Da haben wir den Bosskampf. Den machen wir später. Ich würde sagen... Da haben wir ja auch noch ein bisschen. Da haben wir auch noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir spawnen erstmal hierhin. Schnellreise. Und dann gucken wir uns mal die Geschichte an. Analyse. Hier nochmal ein Fight. So, Schnellreise mit den Chocoboos. Also, dann können wir mal versuchen. Ich glaube, wir müssen da hin. Das sieht mir zumindest danach aus, als wenn wir in dem Bereich müssen. Schauen wir uns das mal an. Ja, Kupopo. Lass mich in Ruhe. Tut mir leid. Aber die haben mich echt gefressen. Hallo? Hallo? Ah, ich koch jetzt. Smarkt. Sehr gut. So, genau. Wir versuchen mal hier reinzukommen. Das sieht aus, als wenn wir dann in die Höhle reinlatschen müssen. Okay. Aber wir müssen ja nicht jeden Fight annehmen. So, gehen wir mal erstmal zu Fuß weiter. Einen Sekunden mal kurz. Oh, musst du wenigstens auch einfach niesen. So, hier geht es irgendwie runter, wie es aussieht. Ah, Jagd 6, okay. Ach du Scheiße, okay. So, ich muss hier leider nochmal ganz kurz in die Analyse gehen, weil ich vergesse immer wieder, was das für Viecher sind. Eis, okay. So, ich muss vor allem. Da machen wir mal. Gegenstände, Eta. Auf Cloud, bitte. So, machen wir mal einmal Magie und dann Eisgar. So, Magie, Ero, äh, Vita. Cloud, bitte. Oh, Aerith ist auch kurz vor dem Verrecken. Moment, ich muss noch ganz kurz raus. Äh, Gegenstände, Mega-Mig, super. Mega-Spray. So, einmal Baron muss mir nochmal ganz kurz aus der Batsche helfen. Äh, Eta. Wir brauchen irgendwas für Eta nachher, für diese Super-Eta, wie das hieß. Ich bin schon extra ausgewichen. Ja, ist ja gut jetzt. So, jetzt. Ja, jetzt bin ich, nein, ich schlafe ich. Das wollte ich nicht, äh. Du hast mir lacht. Ich hab nicht aufgepasst. Oh, warte mal, Schlaf. Das könnte uns vielleicht helfen. Äh, Schlaf. Äh, gegen Gefachmacher. Geht nicht. Echo-Schirm, Stimmen. Kuiper. Kann ich auch nicht anwenden. Grünes Mittel. Goldnadel. Auf Cloud. Ja, wir haben noch 22 Sekunden Zeit. Warte mal. Magie. Eisra. Eis da. Oh, die Scheiße knapp hier. Zumale Wut auf ihm. Mach den Gegner Schock anfänglich. Ich hatte ihn doch einmal geschockt noch nicht. Ja, komm, scheiße. Ich bin jederzeit bereit, falls jemand Lust auf eine Masse oder eine Masse hat. Ja, komm, egal. Brauchen wir nicht. Ist egal. Hätten uns ein paar mehr Punkte gebracht, aber komm, scheiße. Ah, nervig genug. So, äh, hier können wir jetzt irgendwie wahrscheinlich noch durch. Hier ist noch ein Wasserfall. Ähm. Aber nicht hier. Da auch nicht. Aber die Frage, wie kommen wir noch nicht. Okay. Ah. Können wir da irgendwie... Nee. Wie wir sonst weiterkommen. Ich höre jetzt zwar Wasser, aber nicht... Nicht, wo wir längst müssen. Krampf werde ich gar nicht hier nicht überholt. So. Wie kommen wir denn da hin? Hier scheinen wir wirklich oberhalb zu sein. Äh. Hier vielleicht wieder zurück. Aber runter. Hm. Ja, wir müssen hier, glaube ich, raus. Ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Aber hier müssen wir... Irgendwie müssen wir hier durch. Wir waren um in dem Areal. Ja, das muss... Es muss irgendwie hier sonst einen Zugang geben. Oder hier über das Areal. Hm. Gut. Lass uns mal auf der Seite gucken. Ah, links halten. Ah, da vielleicht. Ah, siehst du? Siehst du, das habe ich hier schon... Schon gedacht, das wäre die einzige Option. Das war die einzige Option. Guck mal, so direkt hier. Sehr gut. Oh, ein Glück. Oh, ein Glück. Und wieder ein Punkt mehr. Oh, wir nähern uns so langsam. Schon ein paar Sachen haben wir schon einiges fertig gekriegt. Sehr schön. Gut. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Äh, ja. Gut. Da haben wir das alles soweit fertig. Da haben wir den Boss... Wollen wir den Bosskampf mal versuchen? Was für eine... Na gut, wir können es ja probieren. Ja gut, wir können es ja probieren. Komm, wir versuchen es einfach mal. Was soll's. Sonst kommen wir später nochmal wieder. Wenn wir den Boss nicht knacken sollten... Aber vorher sollten wir uns erstmal heilen. erstmal heilen und dann versuchen wir uns mal einen Bosskampf. So. Gucken wir mal, ob wir den Boss mal geknackt kriegen. Äh, hier weiter geradeaus. Oder auch nicht. Jetzt ist es da. Hier müssen wir runter. Irgendwann da am Strand, ne? Na, hier müssen wir... Geradeaus noch rechts halten. Hier müssen wir... Eigentlich hier müssen wir direkt rechts. Da. Da waren wir aber vorhin schon mal. Ja, ich weiß nicht. Das könnte auch ich gewesen sein. So, warte mal. Gucken wir mal. Das ist auch ein ungewöhnliches Gelände, ne? Für den Bossfight. Na gut, hier vielleicht. Na gut, dann... Schauen wir mal, was das für ein Herbert ist hier. Ach, die Scheiße. Ja, alles klar. Moin. Ja, das ist... Das sieht so aus. Ich muss aber gleich jetzt mal analysieren. So, warte mal ein bisschen... Einmal scrammen. Einmal scrammen. Da sie bei der Nahrungsaufnahme nicht fehlerisch sind, können sie eine Beachtung... Ja, keine Ahnung. So, wirksam ist Eis. Okay, das ist gut. So, jetzt können wir nämlich gleich Eisrahmen in den Reindrücken. Eisgabe. So, ich weiß nicht, ob wir das malen... Hm... Es wird kalt. Los geht's. Am besten brauchen wir zwei ATB-Leistin. So. Und Magie. Und nochmal der Eiskar rein. Ja, freut mich. Nein. Au. Ah, ist weg. So, machen wir nochmal ein Eiskar rein. Die kriegen wir vielleicht nochmal langsam, vielleicht auch nie... Ah, nee, wir haben, glaube ich... Ah, Schock. Dann müssen wir mal gucken, ob wir ihn gleich ein Schock kriegen. Ups, was war das denn? Hallo? Nein, Frosch! Bin ich jetzt drin? Ja, auf und sie... So, einmal Fertigkeiten, Magie... Anti-Dot, Gift, Engel, Ero... Äh, sonst versuchen wir mal in die Gegenstände reinzugehen. Hm, heilt... Ah, kuriert Gift, Schlaf, Stumm, Trauer, Zorn, Versteinerung oder Stein, Goldene Handel, Frosch, kuriert Frosch. Äh, warum kann ich denn... Warum kann ich denn hier Dings nicht mit? Äh, das ist doof. Ähm... Also, klau das konkret raus. Das finde ich jetzt ein bisschen dumm. Äh... 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 Eisige Welle. So, hat der Eis? Hat er. Ähm... Was ist das? Warum? Nein! Was soll der Scheiß? Sagt ich mir auch gerade. Wir haben den Schock, sehr gut. Genau wie geflacht. So, Gegenstände, Magie, äh... Fertigkeiten, maximale Wut. Der Schockschuss. Achtung, jetzt knallt! Achtung, das tut mir noch mal zuschauen, wie! Da geht noch was! Ha! Was schmeckt dir das? So, nochmal... Maximale Wut rein. Achtung, der Kugel! Oh, nein! Machst du nicht, lass dir was da raus! Ach! Ach! So, nochmal geben wir noch ein bisschen Eis rein, beschwören. Esper, was hat er für eine Esper-Titan? Äh, nee, wir gehen nochmal auf Magie. Eis... Schlingmaul. Du hast dich ja los! Ich darf bestimmt uns auf den Reifen! Jetzt zeige ich euch, was ich kann! Das macht nichts! Toll, was ist denn das für ein Mist? Na gut, das war's denn wohl. Ich kann nix machen, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nix machen. Ich kann nix machen. Keine Bewegung. Wenn wir normal starten. Ja. Ich kann nix machen. Ich konnte mich hier als Frosch nicht mehr bewegen. Ging nicht mehr. Ah, Mann. Vor allem, das war echt dumm, also als Frosch. Da war ein falsches scheiß Timing. Falsches Timing, aber das ist auch schon so. Ein Kräftemessen-Tiefer? Großmorbolt identifiziert. Ruf für Datenverteidung aus. Das wird so richtig. Morbots in der Gongaga-Region sind alles präsent. Dass sie bei der Nahrungsaufnahme nicht wideren sind, könnt ihr eine verachtete Größe erraten. Jetzt brauchen wir hier jetzt noch einmal kurz Eis rein. Der Alarmt ab dem Grund. Geh mir nicht auf den Sack. Durch seinen bestialischen Bestand versucht er Großmorbolt aus besser anzulassen. Ich bin die Falle, die es wird mit Gift betäubt und verschlungen. Er könnte das ganze Ökosystem des Waldes durcheinander bringen. Dieser Kampf wird ein Stress-Test für die Nase. Bei einer solchen Berufsbelächtigung ist wirklich eine kürzliche Station vor sich geboten. Ich bin richtig, richtig mit. Ich bin richtig, richtig mit. Ich bin richtig, richtig mit. Haha. Das tut weg. Wunsch. Hier. So, einmal noch mal kurz. Magie. Eis. Ja, starre! Das wird so nichts. So. Nicht übertreiben. Ach, warum? Achso. So, so, so. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, weil nicht genau das passiert. Genau das soll nicht passieren. Aber wir haben ihn schafft. Okay, sehr gut. Genau das sollte ihm nicht passieren. Dass wir uns halt... Na ja, gut. Also, die will. Magie, Eis. Batteriezustand. Was soll da alles noch an Meldung kommt? Äh, Fertigkeiten. Irgendwas mit Eis. Eisimpuls. Ach, ich bin auch schon wieder. Oh, toll. Ja, nicht Schlepp machen, das sagst du so. Beschwören. Ähm. Ja, komm, wir machen mal nichts zu fahren. Das ist die Kraft des Planeten! Ist zwar Feuerstoß, aber okay. Was heißt drum? Äh. Äh. Fertigkeit, maximale Hut. Tausend Schuss und kein Schuss, Donnie! Ah, wir können doch nichts auslösen, ne? Verzieh dich! Au! Da geht noch was! Das tut weh! Na? Auf die Tränen! Wie schmeckt dir da? Ha! So, nochmal rein. Erstmal Fertigkeit. Felsenwurf. Supertrank, Heiltrank. Warte mal, ich geb mir nochmal. Auf mich. Jawoll. Oh. Das war knapp, weil sonst... ...hätten wir gleich ein Problem gehabt. Oh, meine Jüdel. Klau, das war ein großartiger Sieg. Du hast dieses abscheuliche Ungetüm wieder dahin geschickt, wo es herkommt. In die Tiefen des Dschungels. Das ist sehr wertvolles Material, was wir da erhalten haben. Das lässt sich womöglich irgendwann für eine Synthese verwenden. Gib acht, dass es dir nicht abhanden kommt. Nö, nö, klar. Hoffe ich. Von dem Bosskampf haben wir denn hier auch schon fertig. Das ist doch gut. Allerdings sind wir fast alle Moors. Dann lass uns einmal ganz kurz dahin spawnen, bevor wir noch irgendjemand auf die Fresse kriegen. Das war wirklich kurz vor knapp, weil, naja. Habt ihr ja selber gesehen. Barrett war der letzte Überlebende. Bei den Fröschen konnte ich irgendwie nichts mehr machen. Da konnte ich auch nicht mehr kämpfen. Ich schweige denn wiederholen. Jungfernkuss konnte ich anscheinend dann auch nicht mehr holen. Ah, gut. Aber ideal. Jetzt haben wir es. Super. Dann machen wir uns mal auf den Weg hier rüber. Da haben wir eigentlich in der Seite haben wir eigentlich alles fertig. Dann switchen wir mal dahin, weil hier haben wir jetzt eigentlich fast alles. Wir haben hier noch einen Fight. Zwei Fights sogar noch. Dann haben wir hier noch so eine Suchmission. Und auch die nächste Protosubstanz. Dann hätten wir eigentlich auch mal direkt spauen und heilen können. Na, was soll's. So, perfekt. Sehr schön. Sehr schön. Mühsam näht sich das Eichhörnchen. So, ich guck mal einmal kurz, ob wir noch ein bisschen Synthese machen können. Synthese. Na, da fehlt uns noch wieder was. Was brauchen wir denn hier wieder für? Gunst des Planeten und Kosmotid. Aber ich glaube, das ist das, was wir nachher im Kosmocanyon brauchen. Das sagt der Name ja schon so ein bisschen. Wunschliste. Okay. Wunschliste. Da haben wir auch nichts. Hier können wir noch ein bisschen Synthese machen. Megalodon. Megalodon-Reif. Ist da noch irgendwas bei? Schlüssel. Ja, wir können so ein Kram hier noch synthetisieren, ne? Das sitzt. Mein Abus-Reif haben wir da. Aber dann können wir den auch synthetisieren. Der bringt auch keinem so richtig was hier. Talisman der Verzauberung plus. Ja, gut. Dann lassen wir es halt. Dann lassen wir es halt. Dann gucken wir erstmal, wo wir hier in die Nähe kommen. Wollen wir sonst nochmal ein Fight probieren? Oder wir gehen hier nochmal suchen. Das ist hinter uns. Gehen wir doch nochmal ein bisschen suchen. Da werden wir aber auch verkehrt. Das ist die Frage, wo wir da wieder hinkommen. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir nicht weiter. Wir müssen aber eigentlich hier nach oben. Vielleicht da rüber. Da kommen wir auch nicht wirklich nach oben. Das ist doof. Da drüben können wir vielleicht nochmal gucken. Wo springen wir denn mit dem Herrn? Mit dem Pilz? Da kommen wir höchstens hier vorne hin. Ah, obwohl. Nee, Moment. Ja doch, das könnte was werden. Das könnte was werden. Moment. Ich habe da was gesehen, glaube ich. Oder der Pilz. Der bringt uns da hin. Ja, könnte auch was werden hier. Der Pilz hier vorne. Die können wir sogar noch umkraxeln. Das heißt, hier kämen wir sogar, hier kämen wir nach oben, hier auf die Ebene. Aber versuchen wir es erstmal mit dem, mit dem Pilz. Vielleicht können wir da ja auch schon einfacher laufen. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Äh, jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen geradeaus und dann rechts. Aber ich glaube, das ist unten. So, hier können wir nochmal rüber. Nee, hier kommen wir wieder runter. Oh nein. Scheiße. Dann machen wir das anders. Dann können wir hier mal... Oh nee, wir gehen wieder mit dem Pilz auf. So, hier haben wir auch nichts. Mit den Pilzen dürfen wir nicht. Ja, hier kommen wir aber auch nicht weiter, glaube ich. Das ist alles nix hier. Hier haben wir nur den Pilz. Hier haben wir ja noch nicht. Und ich glaube, hier kommen wir auch noch mit dem Pilz auch nur wieder hier hin. Dann müssen wir mich eigentlich hin da drüben. Na ja, hier kommen wir uns weiter. Aber hier gibt es ein Seil. Guck mal, ob wir hier auch nochmal wieder nach oben kommen. Na, das könnte aber von den Turks sein hier. Das könnte die Prodo-Substanz tatsächlich sein. Ach, Trainingslager. Siehst du, perfekt. Moin. Also war denn eine ganze Batterie hier. Eis. Äh. Oh, ich bin ja gleich im Frecken. Ha, halt. Äh. Moment, ich muss erst mal mir einmal ganz kurz selbst Energie geben. Limit. Warte. Warte. So, deswegen haben wir das Limit nicht mal eingesetzt. Gott. Ja, ich brauche mal ein bisschen mehr Eta. Also das müssen wir nochmal irgendwie... Also dieses Turbo-Eta oder wie das hieß, das müssen wir unbedingt nochmal haben. Sonst wird das schwierig mit der Zeit. So, wir haben nämlich gerade noch was an Eta. Achso. Waren wir das noch schnell fertig hier? Das ist der Anführer, der bei der letzten Mission gefangen genommen wurde. Er ist für das Eindringen der Ungeheuer verantwortlich. Von uns Turks wird erwartet, dass wir stets präzise und berechnend die richtigen Entscheidungen treffen. Was sollten wir demnach mit diesem Kerl hier machen? Eliminieren, laufen lassen, verhören. Verhören erstmal. Das ist korrekt. Wenn man bedenkt, welches Chaos er im Keim verursacht hat, liegt die Vermutung nahe, dass die Einnahme der Stadt nicht sein Ziel war. Wir werden in einem Verhör herausfinden, worum es diesem Mann tatsächlich ging. Ähm, das war kein Verhör. Wir überspringen diesen Punkt. Er hat in Verhör gestanden, dass die Operation nur ein Ablenkungsmanöver war, um unsere Kampfkraft auf verschiedene Orte zu zerstreuen. Während sie im Keim für Chaos sorgten, wurde Shingras Waffenabteilung in Junon infiltriert und dortige Waffensysteme übernommen. Ziel der nächsten Mission ist es daher, die Abwehrsysteme in den Händen des Feindes zu zerstören. Die Zielobjekte müssen lokalisiert und zerstört werden. Viel Erfolg! Okay, wollen wir das jetzt nochmal spielen? Wollen wir so schnell ihre eigenen Waffensysteme abluxen? Ganz schön peinlich. Die Turks bereiten sich beim Training auf wirklich jedes denkbare Szenario vor. Darin liegt wohl ihre Stärke. Ja, sie sind uns gefühlt immer einen Schritt voraus. Gut. Um Beginn, ja. Machen wir jetzt einfach mal. Leute, treten jetzt Mission ein. So. Ziel gesichtet! Müssen mit der sofortigen Eliminierung beginnen! Yo! Geht ab! Ach du Scheiße. Euiuiui. Okay. Würden wir fast wetten, dass ihr keinen Blitz mögt, oder? Ich scanne euch mal. Ich gehe mal davon aus, dass ihr keinen Blitz mögt. Wirksam ist Feuer, Eis und Wind. Okay. Feuer, Eis und Wind. Okay, das ist gut. Feuer, Eis und Wind. Wir sind auch mega nervig. Ah, Feuer. Das ist mir eigentlich egal. Können wir auch. Ah, ist geblockt. Okay, bringen wir nichts. Alter, ist ja gut jetzt. Alter. 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 Ich bin ein bisschen nervt er mich jetzt, ne? Komm, dann geben wir nochmal. Magie. Ero können wir auch sonst machen. Auf den geblockten würde ich fast sagen. Ob das eigentlich fast egal ist. Nein, auf den Klingern. Der ist wieder geblockt. Gegenstände. Super Spray. Mega Spray. Also ist es hin und her gefahren? Sie mal mit dem Klingel. In alle Winde. Keinen Kommen. Los geht's. So, Magie. Äh, Ero. Einer ist kaputt. So, kriegen wir mit dem ein besseres Ero hin. Eroga. Und dann machen wir es mal direkt gleich ein Limit drauf. Sehr schön. Zum Glück nehmen wir aber relativ wenig, äh, relativ wenig, äh, Schaden. Das war's. Gegen die war Blitz ja ganz gut, glaube ich, ne? Weiß gar nicht, ob wir mit ihm auch Blitz. Äh, nee, natürlich nicht. Barriere, Durchbruch. Ach, guck mal, da hätten wir Barriere, Durchbruch machen können. Na, egal. Ähm, Barrett können wir nochmal nehmen. Barrett. Obwohl, Ero müsste eigentlich auch gut funktionieren. Probier ich gerade mal aus. Ero. Das sind fliegende, wollte ich gerade sagen, das sind nämlich fliegende Objekte. Normalerweise. Fliegende Objekte mögen es eigentlich nicht, wenn du Ero gegen sie einsetzt. Oh, warte mal, Synchro. Naja, aber ist schon weg. Ero ist noch vergleichbar. Warte mal, ich muss eben Ero ist gerade mal retten. Gegenstände, Megaspray. So. Ach, toll. So, Barrett kann auch nochmal. Moment. Magie, Ero. Bitte mal Ero auf den Fliegenden. Achso, mehrere Fliegende, okay. Äh, nehmen wir den. So, Synchrofertigkeit, Blütensturm. Ähm, ne, ich will nimmer, glaube ich, Drohne B. Äh, eisig, windig, äh, windige Verpackung. So, Mission 3. Ach, Scheiße. Der mag aber, glaube ich, kein Blitz. Volle Kräuter. So, Magie, äh, Blitz. Auslöscher. Na gut. So, Fertigkeiten, eisige, windige Flammenblitz. So, Magie, Blitz, rein. Magie, die hat aber auch keinen Blitz. Der muss sich, ihr muss sich auch mal ein paar Kampfmateria geben. Weil so bringt mir das ehrlich gesagt nix. Äh, könnten höchstens Fertigkeiten. Vorige Donnernerwelle. So, auch hier nochmal, Fertigkeiten, Flammenblitz. So, und dann machen wir jetzt auch nochmal ein Limit rein. Na, das war's. Oh, das war dann doch recht entspannt. Das wäre erledigt. Die Berichterstellung für Son übernehme ich. Root wird sich in der Zwischenzeit sicher über Gesellschaft veränderst du ein Glieschen freuen. Na doch, auf Bits ist er sehr gut angesprochen, ne, der Gegner. Abgeschlossen. Die Prüfung wurde bestanden. Allerdings möchte ich daran erinnern, dass ein Törr stets das bestmögliche Ergebnis anstreben sollte. Die Schlagkraft der militärischen Einheiten Schiengras kann ohne Zweifel als weltweit führend bezeichnet werden. Doch gerade deswegen gibt es immer wieder Aufrührer, die diesen Umstand mit Taktiken wie bei dieser Übung für sich auszunutzen versuchen. Es ist daher unsere Aufgabe, umgehend auf jede Situation zu reagieren und die Kontrolle wieder zu erlangen. Diese Anlage wechselt in Kürze in den Energiesparmodus. Begebt euch zur nächsten Mission, sobald ihr eure Ausrüstung in Empfang genommen habt. Okay. Ihr habt euch großartig geschlagen. Dank eurer Daten bin ich mit der Analyse gut vorangekommen. Doch ein paar Puzzleteile fehlen noch. Es geht also weiter? Na komm, auf geht's! Alle richtig bock. Na guck mal, wir kommen doch so langsam. So langsam kommen wir doch schon mal... So langsam kommen wir doch schon mal ans Ziel. So, dann haben wir die nächste Protosubstanz am Arsch des Planeten. Das macht doch hier alles keinen Spaß. Ich dachte, so ein Kampfsimultator kann alles Mögliche simultieren. Oder etwa nicht? Dann müsste doch einer davon reichen. Oder du von dir. Je nach Verwendungszweck hatte früher jede Abteilung einen oder mehrere. Aber inzwischen teilen sich verschiedene Abteilungen einen Kampfsimulator. Das spart Energie. Ach, auf einmal ist Geiz geil, oder was? Geiz ist geil. Okay, gut. Super. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Break. Und bedanken mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Final Fantasy 7 Rebirth. Macht das gut. Bis dann. Bis hin. Bis dann.